Möchten Sie wissen, wie dieser Raum hier heißt? Möchten Sie das wirklich wissen? Ich könnte es Ihnen verraten. Ich weiß den Namen. Aber was bekomme ich dafür? Wir machen gerade einen Durchlauf durch die Theaterproduktion, die wir im Rahmen der 34. Duisburg-Akzente hier im Festivalzentrum geplant haben. Es sind im Grunde genommen sechs Produktionen, die wir zeigen. Es sind vor allem so Themen wie Sehnsucht finden, Sehnsucht verlieren. Das Thema Orientierung spielt eine ganz große Rolle, aber auch das Thema Migration. Also all das, was man assoziativ auch tatsächlich von Gerhard Mercato ableiten könnte. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Das linke Bein, das war wirklich, das war stark abgenutzt. Und das konnte auch nicht nur von der Reise kommen. Das sagt doch was über mich, oder? Also über mein Leben davor. Sieh, hier eine Kranich, hier einen großen Bogen. Ich komme. Die Stirn gespannt, die Zunge im Mundwinkel der Atem keuchelt. Und die anderen sagen dann, er buchstabiert wieder. Deine Wahrheit ist nicht die Meinung. Was aber noch nicht heißen muss, dass du falsch denkst. Ja, ich weiß. Und dass er der Welt überdrüssig ist, weiß ich auch. Vater, rief Rumord, ein Gutachten von Sir Francis Brigg ist eingetroffen, in dem er deine Karte mit Loxendromen rühmt. Er will der kritischen Admiralität empfehlen, sämtliche existierenden Seekarten durch die Deinen zu ersetzen. So, Frank, jetzt geht's wieder hoch, ja? Ja, wir müssen jetzt in die dritte Etage. Dort hat der Johannes Lepper inszeniert. Und auf den Kopf! Kolbende Federn! Die Riesen-Tiere sind sehr zutraulich. Sehr zutraulich. Aber sie schmecken totaler Scheiß. Völlig ungewichtbar. Die sind vollkommen ungewichtbar. Die Riesen-Tiere sind sehr zutraulich. Untertitelung des ZDF, 2020